Man hat uns nicht gefragt, als wir noch kein Gesicht, ob wir leben wollten oder lieber nicht. Jetzt gehe ich allein durch eine große Stadt und ich weiß nicht, ob sie mich lieb hat. Ich schaue in die Stuben, durch Tür und Fensterglas und ich warte, und ich warte auf etwas. Lass glücklich sein, denn wenn ich gar so glücklich wäre, hätte ich einen Weg nach dem... traurig sein... Ach, eigentlich träume ich ja davon, irgendwann mal hier rauszukommen, einen Mann zu finden, ein Haus zu bauen und Kinder zu haben. Aber es ist nur gar nicht so einfach, jemanden zu finden, der zu einem passt. Ich glaube, das ist der wahre Sinn des Lebens. Vor allem stelle ich es mir schön vor, einfach die Liebe seines Lebens zu finden. Ein Mann, der mich so liebt, wie ich bin. Was willst du, kleines Mädchen, eigentlich? Du lebst in deiner Wunschwelt, in deiner Traumwelt. Dich könnte ich auch erwürgen. Dich könnte ichos Clinton developers erzählen. Dich wäre es. Dich... Oh, 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 oh.